jo leute was geht euer abkonkorn wieder am start und herzlich willkommen zu unserem startlesplay auf diesen account zum part 1 und zwar clash of clans wir gehen rein das heißt mich sagen einfordern ich erlange nicht mehr online die dunkle Bauch auch wenn ja ja Hild nehmen wir mit können wir hier irgendwas bauen oh ja Armeelager ja hat sich gut an bauen wir einfach mal hin so hier ist unsere Hauptbase bla 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 Luftabwehr können wir hier hin bauen aber wo packe ich die denn ich weiß ganz genau woher ja gut der Bauarbeiter hat außerdem Pläne dafür so als nächstes ja ich weiß wozu ja ich weiß nicht die 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 in diesem Falle nehmen wir auch hier eine hin und hier eine hin. Schadet nicht. Goldmine, können wir upgraden. Mauern. Gott, nicht wieder mehr Mauern. Obwohl, ist ja eigentlich gut. Die packen wir auch hier wieder weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 Achso, ein Clan. Wir müssen hier auch einen eigenen Clan erstellen. Moment. Der wird auch... Wo kann man den grünen? Hier. Wie kostet der Bums? Ja, easy. Den nennen wir auch Con-Unity natürlich. Con-Unity. Imunity... Stream-Con-Curry. Welches nehmen wir denn? Was nehmen wir? Mit einer guten Farbe. Dieses Blau. Ja, komm. Offen für alle. Immer. A, B, C, D. Deutschland. Hier muss ich bei G. Hier ist es G wie Germany. Deutsch. Wir sind anfängerfreundlich. Entspannend. Gut, da haben wir jetzt auch den Clan. Bogenschütze-Turm können wir auch gleich zwei machen. Goldmine machen wir auch. Ist das teuer. So, die Mauern sind ja absolut teuer. Das ist aber kein Problem. Hier haben wir auch ein Rütt. Gnügend Ressorten. Und wieder voll. Mysterieuses Objekt. Ja, lass mir das mysterieuse Objekt so sein. Hab ich alles. Wunderbar, die Goldmine können wir abklären. Und dann können wir Richtung Rathaus 5 gehen, würde ich sagen. Wunderbar, die Goldmine können wir abklären. Wie kann ich denn hier mein Overlay... Moment. Ah, hier. Das ist die Kriegbasis, warte mal. Ich kann es nicht umändern, oder was? Das ist die Kriegbasis. Das ist die Kriegbasis. Das ist die Kriegbasis. Schwierig. Das ist die Kriegbasis. Ja, das wird schon. Man muss halt so. Auch die Doppelkanone... Schreibt, ich tue es ja auch nicht. Ja, die beschleunigen wir halt mal. Sterne, boah. Oh, boah. Wenn wir das auch einmal schnell machen. Scheiß drauf. Ne, den haben wir ja. Dann würde ich sagen, machen wir zum Abschluss noch einen Kampf. Und dann wird das schon. Ja, easy. Ja. Ja. Oh. Okay, es ist viel einfacher gemacht. Es ist ja viel einfacher gemacht. Okay, okay. Machen wir noch einen Kampf. Machen wir noch einen, easy. Ja, der hat schon... Da würde ich tatsächlich... Boah. Wir hätten hier, glaube ich, noch einen. Machen sollen. So, na. Bis zum Anfang. Wir können nicht so sch- So. Oder... Wir sind hier, glaube ich, wohl da. Nee. fast gescheuert ok wie immer, anscheinend haben wir gewonnen komm mach mal noch einen machen wir pro fort über drei kämpfe hier ja hier machen wir auch wieder alles ja hier ja ja hier ja hier interessant, die haben das viel vereinfacht also die haben das wirklich viel vereinfacht tschüss ich kann die noch nicht verbessern, das ist gut dann können wir die Meisterhütte verbessern und kriegen so einiges neues oder warte ich lass, bleib erstmal hier und woher zurück das hier dann haben wir das auch und im nächsten Part haben wir dann hier die Meisterhütte höher ok, ja, so machen wir das sehr gut das ist sehr, sehr gut ja, und dann das kleine Leck und Abo da und bis zum nächsten Mal tschüss das ist das ist Untertitelung des ZDF für funk, 2017